Zwei Drittel aller Eltern sagen, ihre größte Herausforderung ist die Zeit, die sie gefühlt nicht haben. Job, Kinder, Haushalt und die eigenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, scheint je nach Situation fast unmöglich zu sein. Alles kommt zu kurz und am meisten die Beziehung. Körperliche Nähe und von Leidenschaft und Spontanität will ich gar nicht reden. Eine gute Möglichkeit, aus diesem Hamstrad rauszukommen, ist den Alltag, den man bewältigen muss, von der eigentlichen Beziehung zu trennen. Was ist damit gemeint? Das eine ist der Job, den man tun muss, um das andere zu bekommen. Es wird aber meistens vermischt und erwartet, dass beide Bereiche die gleiche Beziehungsqualität haben müssen. Und das führt automatisch zu Enttäuschungen und Frust. Ich meine, das ist so ähnlich, als wenn sie in ihrem Beruf erwarten würden, dass sich der Arbeitsalltag und das Wochenende oder die Ferien gleich anfühlen müssen. Auf diese Idee würde niemand kommen, das geht gar nicht. Und in der Beziehung ist es nicht anders. Trennen sie einfach ihre Paarbeziehung und das, was sie im Alltag so tun müssen. Und mal angenommen, sie würden das tun, also sie würden tatsächlich ihre Beziehung, also den Alltag, wie ein Job sehen, in dem sie beide gleichberechtigte Partner sind, die sich organisieren, gut absprechen und die Aufgaben gleichmäßig verteilen. Wie in einem Job eben. Damit sie dann gemeinsam ihre Zeit als Paar oder das Wochenende genießen können. Was schätzen sie? Welche Wirkung könnte das auf ihre Beziehung haben? Wäre das noch gleich? Wäre es sogar besser? Was schätzen sie? Und im Übrigen, glauben Sie mir kein Wort von dem, was ich hier erzähle. Probieren Sie es aus, weil Sie es können. Und wenn Sie noch mehr Ideen wie diese für Ihre Beziehung haben möchten, dann vereinbaren Sie ein Gespräch mit uns. Auf unserer Webseite finden Sie alle Informationen dazu. Und wir werden dann gemeinsam schauen, also gemeinsam mit Ihnen, wie wir zusammen in Ihre Beziehung oder Ihre Beziehung neu gestalten können. Denn glückliche Beziehungen sind keine Glückssache. Glückliche Beziehungen werden gemacht von Ihnen. Danke fürs Zuschauen und wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen hoch, abonnieren Sie den Kanal, vergessen Sie die Glocke nicht, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.